Was haben Sie am Ende dieser Legislaturperiode an der Behindertenpolitik der Bundesregierung zu kritisieren? Schlecht ist, dass an allen anderen Bereichen, selbst die Fragen, die schon vor zehn Jahren zum Teil entschieden worden sind, nicht in die Umsetzung gelangen. Die Bundesregierung hat insgesamt außer dem Teilhabestärkungsgesetz vor wenigen Wochen kein einziges eigenes Gesetz eingebracht, um die Situation von Menschen mit Beeinträchtigungen zu verhindern. Sie geht bei ihrem Teilhabestärkungsgesetz, wie sie es nennt, immer nur Trippelschritte, sagt selbst, es sind kleine Schritte und weitere Schritte müssten folgen. Damit wird im Grunde zugegeben, dass die Ziele, auf die wir uns gemeinsam verständigt haben, nicht erreicht werden. Das Assistenzhundegesetz ist so ein Beispiel. Es wird jetzt klargestellt, dass ich mit meinem Blindenführhund auch mit anderen Assistenztieren bestimmte Bereiche im öffentlichen Raum betreten darf, auch im privaten Raum. Das ist aber eine Regelung, bei der der Gesetzgeber jetzt nicht mehr tut, als das in eine Rechtsform zu gießen, was Gerichte schon lange entschieden haben. Es führt also überhaupt nicht zu einer Verbesserung der Lebenswirklichkeit. Und den großen Schritt zu tun, zu evaluieren, dass Assistenztiere den Sozialstaat kein Geld kosten, sondern Geld sogar sparen, bei einer dramatischen Verbesserung der Lebenswirklichkeit für die Betroffenen, das ist wieder nicht erreicht worden. Auch, um ein weiteres Beispiel zu nennen, barrierefreie Mobilität, also umsetzen, dass das, was CDU, CSU und FDP 2012 ins Personenbeförderungsgesetz geschrieben haben, dass nämlich am 01.01.2022 der öffentliche Personennahverkehr barrierefrei sein soll, da wissen wir, dass das nicht erreicht wird. Und in dieser Wahlperiode ist nichts unternommen worden, daran wirklich etwas zu ändern. Ja, kurzum, wir haben vieles diskutiert und deswegen hat die FDP-Bundestagsfraktion auch vorgeschlagen, in der nächsten Wahlperiode mit einer Enquete-Kommission zu beginnen, die Diskussionen aus den Jahren 2015, 2016 noch einmal zu strukturieren und in der nächsten Wahlperiode deutlich nach vorne zu kommen. Was fanden Sie rückblickend auf die laufende Legislaturperiode mit Blick auf die Behindertenpolitik gut oder lobenswert? In dieser Wahlperiode gab es zwei Dinge, die gut waren. Einmal umfassende Diskussionen über die Frage, was wir alles verbessern müssen, also die Analyse darüber, dass wir weit hinter den Ansprüchen von Artikel 3, Absatz 3, Satz 2 Grundgesetz und der UN-Behindertenrechtskonvention zurückliegen, ist im Grunde Konsens im Parlament. Gut war auch, dass die Wahlrechtsbeschränkungen für Menschen unter Vollbetreuung aufgehoben worden sind. Schlecht ist, dass beides nicht von der Bundesregierung kam. Die Diskussionen kamen aus der Opposition und die FDP musste gemeinsam mit Grünen und Linken in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht die Aufhebung der Wahlrechtsausschlüsse erstreiten. Das ist glücklicherweise gelungen und das ist jedenfalls ein Vorteil, der aus dieser Wahlperiode in die Zukunft trägt. Vielen Dank. Vielen Dank.